Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NHL15. Und ja, das ist natürlich doof, dass mein Handy ausgerechnet jetzt gerade geklingelt hat, aber egal. Ja, heute geht's im Madison Square Garden gegen die New York Rangers ran. Und im letzten Spiel mussten wir uns ja leider mal wieder in der Overtime geschlagen geben. Ist dann jetzt runtergefallen? Oh, ist das runter? Egal. Mussten wir uns geschlagen geben. Das soll heute natürlich aber wieder anders sein. Hoffe ich doch. Und wir werden natürlich alles geben, damit genau das Eintritt wir immer noch jetzt wieder in der zweiten Reihe. Dahin wurden wir ja vor dem letzten Spiel degradiert. Und daraufhin habe ich erstmal ein Tor geschossen und einen Assist gemacht. Also ich glaube, mein Statement ist klar. Na, was macht der denn da? Mein Statement ist klar und ich möchte natürlich dringend wieder zurück in die erste Reihe. Das ist ganz klar. Das ist mein Ziel. Und daraufhin werde ich hinarbeiten. Und ja, schauen wir mal, wie es wird, Freunde. Zack, schöner Querpass und ah, schöne Möglichkeit hier. So, und es gibt abseits perfekte Möglichkeiten, um die Reihen mal zu wechseln. In Ruhe zu wechseln. Und ja, das müsste Spiel 46 sein, 47. Also langsam, aber sicher nähern wir uns den Ende. Naja, was heißt denn, wir sind knapp über der Hälfte. Aber dennoch. Oh, gefährlich. Gefährlich und da ist er drin. Da ist er drin. Schön gemacht von der 61. Der Pass hinterm Tor, absolut gefährlich, weil Price ihn nicht kommen sehen hat. Und dann, ja, nutzt Martin St. Louis mit Vorbereitung von Nash eben und Brassert. Diese Möglichkeit, Martin St. Louis, einer meiner Lieblingsspieler im Allgemeinen und mein Lieblingsspieler im Allgemeinen von den Rangers. Und er zeigt auch gleich wieder, warum das so ist, denn der Mann ist einfach nur verdammt gefährlich. Dieser Mann braucht eben nicht viele Chancen zum Tor. Nächste Möglichkeit, knapp übers Tor gesimmelt. Sah aber gut aus, die Parade von Price. Ich glaube, den hätte er gehabt. Jetzt gibt es schon wieder den Bulli. Derek Brassert. So, sind wir wieder auf dem Eis? Ja, ich sehe mich. Ich sehe mich. Alles klar, wunderbar. Ja, und das will ich jetzt, weil wir auf dem Eis waren, als es das Gegentor gab, gibt es einen Minuspunkt für uns. Das ist klar. Aber ich hoffe, dass wir den Aua im Laufe des heutigen Spiels noch ausgleichen können. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich wieder so viele Strafen kriege, wie in den letzten Spielen. Das ist nämlich nicht gut. Vor allem, weil ich meiner Mannschaft besonders im letzten Spiel eben dadurch den Sieg gekostet habe. Stor und der Check. Emily in Schuss und in die Fanghand vom Meister-Tohita-Landquist. Wunderschöner Safe, wunderschön gehalten. Und ich glaube, das wurde heute verdammt schwer, an diesem Mann vorbeizukommen. Aber mal sehen, schauen wir mal. Let it be, let it be. Lassen wir uns überraschen, Freunde. So, hier sehen wir nochmal den schönen Schlussvorbereitungen. Unter anderem durch mich und dann eben durch, ich weiß gar nicht durch wen. Keine Ahnung. Spielt ja auch keine Rolle. So, ah, im Teamplay, das ist immerhin gut. A-Plus-Position, das ist auch okay. Nur das F in Statistik, das muss dringend noch weg. Und wie? Wir schießen einfach ein Tor. Oh, Möglichkeit. Pacioretty mit dem Nachschuss und wieder Land. Nein, gar nicht. Gilbert, der Schuss in der Blauen, abgewehrt von St. Louis. Leichtet jetzt den Gegeneingriff ein und ja, kommt etwas zu spät über die Linie. Da war jemand von ihm da und deshalb abseits. So, die Taktik wieder umgestellt. Das vergesse ich jedes Mal. Ich finde das auch doof, dass ich es machen muss. Aber noch bin ich kein Teamkapitän und deswegen kann ich noch nicht bestimmen. Vielleicht kann ich es auch nie bestimmen. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Trainer. Keine Ahnung. Karl Hegelin und die Möglichkeit Price mit dem Save. Und die nächste Möglichkeit. Gellinger über rechts. Wir hinken hinterher. Hätten eigentlich viel weiter vorne sein müssen. Pass zurück. Was macht er denn da? Moore. Zaccarello. Und der gegen andere Freunde. Der Gegenangriff jetzt wieder über Zaccarello. Oh, 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 oh. Schöner Pass quer gespielt. War gefährlich. Ah, schön vorbei. Okay. Netter Check von uns. Allerdings viel zu spät. Wir sollen raus. Das machen wir jetzt natürlich auch. Jetzt nur noch D in der Statistik. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Und was ist das? 2,1 Sekunden Vorschluss geht der Puck nochmal rein. Und ich war mir sicher, den hätten wir schon gehabt. Dominic Moore. Ach Gott. Ja, okay. Price hat wieder zugeschlagen, Freunde. Den hätte er haben müssen. Da macht er extra die Beine sogar auf für den Gegner. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Mann, Mann, Mann. Letzte Saison war er noch einer der besten Grohle. Jetzt die Saison. Ich habe nur Ärger mit dem Kerl. Nicht mehr nachvollziehbar, Freunde. Echt nicht. Ganz ehrlich. Ja. Und sie sind immer noch nicht über die Linie rüber. Wirklich, Freunde. Und so ein schöner Fehlpass. Der uns wahrscheinlich jetzt wieder negativ angerechnet wird, weil ich ja gerade, ja, wieder den Pass gefordert habe. Na, ja, da können wir gar nicht erst ausweichen. Da haben wir überhaupt keine Gelegenheit. Gar keine, gar keine Zeit dafür. Was war das denn? Ich habe doch einen Teak gemacht. Ja, so viel zum Teak. Hat nicht wunderlich gut geklappt. Vielleicht jetzt die Möglichkeit zum 2-1-Einsschluss-Würfen. McDonough Moore. Oder McDonough. So. Oh, der war schön. Aber ich denke mal, wir werden wieder gecheckt. Ne, werden wir nicht. Was war das denn? Ach, komm schon, Leute. Da widerstehen wir die eigenen Männer im Weg, weil sie einfach zu dämlich sind. Schöner Check. Bulli. Mann, 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 ey. Da will ich passen und den Umbrick läuft ja in mich rein. Ey, das darf aber nicht wahr sein. Ja, schöne Möglichkeit, aber auch hier Langquist, der Sieger. Sehr zu unserem Bedauern. Immer noch 2-0 der Spielstand. Obwohl man leider sagen muss, dass er leider, ja, ziemlich gerechtfertigt ist. Dann, äh, von New York kommt wesentlich mehr als von uns. Von uns kommt hier nur so ein Dumpelmist. Boyle Nash. St. Louis. Plekaneck holt sich die Scheibe mit einem wunderschönen Check-Parento. Na, na, jetzt die Möglichkeit Plekaneck zurück zu Gilbert und Gilbert zieht ab. Aber Lundqvist hält den Puck wieder einmal sicher. Er hält ihn sicher, hält ihn warm. Ja, wir sind wieder auf dem Eis. 9 Minuten vor Schluss des zweiten Drittels und es steht immer noch 2-0, wie ich eben schon sagte. Und bis jetzt sieht es wirklich nicht danach aus. Möglichkeit, schöner Schuss, ganz knapp am Tor vorbei. Oh, schöner Abbrader. Schade. Das sah gut aus. Ich total daneben geschossen und dann der Kollege hat den Schläger einfach mal reingehalten. Und da ist zwar das 3-0 gefallen, aber das wurde gleich vom Schiedsrichter hier abgeriegelt. Und der sagt, nein, da gab es vorher eine Strafe wegen Torhüterbehinderung. Hier schauen wir das Ganze nochmal an. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich sehe keine. Und, äh, ja, seit dem letzten Pass, ich habe ja beim ersten Mal darüber gemeckert, dass es absolut keine Torhüterbehinderung gefiffen werden. Und, äh, jetzt, finde ich, werden viel zu viel gefiffen. Also, ich fahre wirklich teilweise daneben, streife sie nur und das wird gefiffen. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, doch schon ein bisschen lächerlich. Also, wie viele Tore mir jetzt auch so in Freundschaftsspielen und so und online nicht gegeben wurden, weil ich irgendwie den Torhüter berührt habe. Also, das ist, nee, das ist unschön. Sabben, Markhoff vielleicht oder Blau. Nein, Sabben, zurück und, ah, und wieder ist das Lundquist. Wir kommen momentan einfach nicht an diesem Mann vorbei. Aber ich darf wieder Sabben. Pacioretty, wenn es einer schafft, dann Pacioretty im Ex-Pacioretty. Kämpft hier gegen Star und Star sitzt nicht durch. Schade. Markhoff. Kai Shenyuk. Ach, Freunde, PK-Sappen hier an der Bande versucht den Puck noch, ach Gott, nach hinten zu spielen. Und der Pass vom eigenen Mann wurde nochmal verdammt gefährlich. Und hier sehen wir nochmal ein paar schöne Chancen. Also, Chancen hatten wir jetzt gerade zum Schluss, aber allesamt, wie gesagt, gescheitert von Lundquist, der hier wieder mal ein wunderbares Spiel macht. Ja, fast vier Minuten noch zu spielen. Möglichkeit zum 3 zu 0. Nein, New York schießt daneben. Möglichkeit, vielleicht der Abprader. Nein. Jetzt, oh, warum hat er nicht rübergepasst? Den hätte er auch ein Lundquist nicht mehr halten können, aber nein. Er versucht selber. Step-Merk und Möglichkeit. Achteinhalb Sekunden vor Schluss des zweiten Drittels. Gibt es hier nochmal den Bulli. Der war pricig, wahrscheinlich zu unsicher. Und hier sehen wir nochmal Schiss im zweiten Drittel. 8 zu 2 für uns. Spricht klar für uns, aber wie gesagt, wir kommen ja nicht vorbei. Das bringt also überhaupt nichts. Und inzwischen gehen wir hier auf volles Vortchecking und volle Offensive. Und es bringt bis jetzt noch nichts, außer ein paar guten Chancen. Aber ich hoffe, dass es bei diesem Bombardement einfach nur noch eine Frage der Zeit ist. Jetzt weiß ich, was mir eben doch runtergefallen ist. Mein Kugelschreiber. Moment. So. Bis jetzt musste ich nichts eintragen. 11 zu 6 Chancen für uns. Mehr Zeit in der Offensive. Also was das angeht, wirklich sind wir hier im Vorteil. Aber eben auch nur, was das angeht und nicht, äh, was den Rest angeht. McDonny, Zagarello. So, und ich leite jetzt den Gegenangriff ein. Komm schon, komm schon, komm, lauf, 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 lauf. Das. Der bremst ja total ab, ey. Mann, 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 ey. Zerstören das eigene Aufbausspiel hier nochmal, Ryan McDonny. Checkt gleich zwei Spieler um, heftiger Typ. In der Mannschaft würde ich auch gerne spielen. Alleine schon mit dem Stadion. Das berühmt-berüchtigte Madison Square Garden. Oder der berühmt-berüchtigte Madison Square Garden. Also das wäre schon, uiuiuiui, absoluter Hammer. Ja. Wirklichkeit und ja. Da gibt's die Strafe. Einmal im Spiel, oder einmal im Spiel müssen wir sie halt doch kriegen. Ach, Mann, 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 Mann. Aber es kommt auch, weiß ich nicht. Nichts weltbewegendes. Also wir brauchen hier schon irgendwie eine kreative Idee, um diesen Mann schlagen zu können. Und das, das fehlt mir hier momentan so ein bisschen. Leider, leider. Ja. Und der Pass rüber. Und jetzt muss er doch dran sein. Na endlich. Lars Eller. Wenn ich das richtig gesehen hab. Endlich ist der Puck drin. Er findet seinen Weg hinter die Linie. Ja. Lars Eller. PK subben. Und wir mit dem Assist. Hier sehen wir das nochmal. Wir kämpfen mit dem Puck. Also wir spielen quer. Und dann schiebt er deswegen ganz einfach an den Quiz vorbei. So einfach kann's gehen. Zack. So, Freunde. Attacke. Jetzt nur noch eins. Schaffen wir. McDonough Nash. Oh, 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 oh. Price. Wunderbar. Save hier. Da bügt doch schon wieder für einen klitzekleinen Augenblick das Herzchen. Bullies gewonnen. 9 zu 8 für New York. Ganz knappe Sache also. Uiuiuiuiui. Was ist denn jetzt los? Es gibt die Schlägerei. Emmeline gegen die Nummer 16. Mit Emmeline sollte man sich eigentlich nicht anlegen. Der Mann hat Fäuste wie Mauerkellen. Wie Abrissbirnen wollte ich eigentlich sagen. Zack. Komm, Emmeline. Den kriegst du. Komm. Oh, heftiger Punch gegen das Kinn von Emmeline. Emmeline, der Helm fällt drunter. Ah, Emmeline. Ja, und da ist er. Obwohl der Helm einfach lässt er sich davon nur wenig beeindrucken. Die Schläge zeigen kaum Wirkung. Und da geht er als Sieger vom Eis. Begibt sich auf den Weg in die Box. Und darf dort die nächsten 5 Minuten dem Spiel zuschauen. Derek Brassett war sein Gegner. So, immer noch 2 zu 1. Uns fehlt immer noch ein Tor. Und der Schuss, der war gut. Ganz knapp am Tor vorbei. Uns rinnt die Zeit davon. Nur noch 10 Minuten her. Um dieses Tor zu schießen. Oder gegebenenfalls sogar 2. Man weiß es nicht. Montreal Canadiens hier im Highlight Reel. Schauen wir uns das nochmal an. Ganz knapp hier vorbei. Das war das erste Drittel. Ja, es waren gute Chancen da. Auch das Ding. Aber es scheint, als hätte Lanquist ein Schutzschild um sein Tor aufgebaut. So kommt es mir manchmal vor. Obwohl mir selbst hingefallen ist, hat sich das echt gelohnt. Komm. Danke. Ah ja. Den habe ich natürlich nicht kommen sehen. Den anderen Spieler. Ansonsten hätte ich natürlich rübergepasst. Möglichkeit. Und oh Gott. Berg. Zack. Ja, das war wieder das Drücken vom Pass anfordern. Oh, schöner Schuss. Gefährlich, gefährlich. Zack. Wir geben ab. Bevor es von uns gefährlich wird. Oh, was für eine schöne Möglichkeit hier. Nochmal der Check hinterher. Und wir säumen vom Eis. Dann werden wir jetzt noch schnell den Angriff einleiten. Und dann geht es runter. So, genau. Plekaneck. Moor. St. Louis. Stoppt den Mann. Nash. Letzte Minute ist angebrochen. Nash immer noch am Puck. Und oi 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 oi. Tinardi. Haben wir uns schon wieder um vierte Spieler getradet? Price. Wunderbarer Save. Den habe ich schon wieder drin gesehen. Den Schuss. Aber nein. Price belehrt mich dieses Mal doch tatsächlich eines Besseren. Kommt mit der blitzschnellen Fanghand raus. Hier sehen wir es. Oder? Nee. Doch. Der Schuss von St. Louis. Zack. Quer und dann. Wahrscheinlich mehr Glückheitsverstand. Berg. Berg jetzt mit dem nächsten Angriff. Komm schon, Berg. Baby. Gib mir alles hier. Wieso kann meiner den jetzt nicht annehmen? Ah, die Möglichkeit hier. Komm, Gallagher. Gallagher, versuch's nochmal. Komm schon, Gallagher. Drin ist das Ding. 2-2. 18 Sekunden vor Schluss. 2-2. Ausgleich. Brandon Gallagher hier. Tor Nummer 16. Verdammter Schittibum. Und wer hat dann nochmal das erste Tor geschossen? Ich weiß es gar nicht mehr. Haha. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich hab vergessen, den Strich zu machen. Jeden Fall. Gallagher hier. Mit dem 2-2-Ausgleichstreffer. 18 Sekunden vor Schluss. Und jetzt vielleicht sogar wir nochmal mit der Möglichkeit zum Führungstreffer. Nein. Die Möglichkeit hier zum Breakaway. Pass rüber. Ah. Jetzt muss es nochmal richtig heiß. Hier ein paar Sekunden vor Schluss, Freunde. Zwei richtig fette Chancen für die Canadiens. Und die reguläre Spielzeit. Zu Ende. Wir haben uns gerade so noch in die Overtime gerettet. Auch wenn wir da momentan keine allzu gute Statistik drin haben. Aber nichtsdestotrotz. Selbst wenn wir verlieren würden, würde das immerhin einen Punkt bedeuten. Und das ist doch schon verdammt viel mehr als keiner. So. Hier schauen wir uns nochmal auf die Ereignisse an. Ähm. Dum 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 dum. Ella war es. Genau. Ella hat das erste Tor geschossen. Und deswegen hab ich auch gar keinen Strich gemacht. So war es. Und jetzt schalten wir wieder ein Klitzel. Klitzeklein Gang zurück. Aber nur ein klitzeklein, Freunde. Denn wir müssen hier weiter Druck machen. Wenn wir hier gewinnen wollen. Ihr seht es. 4 zu 2. Die Overtime-Statistik. Ah. Schön gemacht. Ah. Schöner Pass. Wir bremsen kurz ab. Möglichkeit. Vielleicht jetzt der Ausgleich. Äh. Der Ausgleich sage ich schon. Ich bin so aufgeregt gerade. Der Schuss. Die Chance zum Sieg. So. Jetzt haben wir es endlich. Meine Güter. Verzögerte Strafe. Warum? Bitte nicht ich wieder. Nein. Dieses Mal war es PK-Suppen. Und jetzt heißt es. Achtung. Aufgepasst hier. Wir sind in der Unterzahl. Wir müssen ganz, ganz, ganz vorsichtig sein hier. Wenn wir uns hier nicht im Powerplay-Tor einfangen wollen. Und damit. Ja. Das Spiel verlieren. Keiner geht so richtig ran. Brassett. Boyle. Nur eine Frage. Ich wusste es. Dass da nie einer im Powerplay an den Mann geht. Es ist doch einfach zum Kotzen. Also in der Unterzahl. Schöner Schuss von Boyle. Ich habe es gewusst. Ich habe den gleich drin gesehen. Das war eine Torhüterbehinderung. Guck dir das an. Schiebt ihn nach rechts. Er hätte gar nichts nach. Ja, also da hat EA absolut wirklich noch keine Balance gefunden. Die Sachen, die. Die nur faul sind. In Sachen Torhüterbehinderung. Die sind keine. Und die Sachen, die wirklich. Die keiner sind. Die werden hier als welche geahndet. Also es ist teilweise immer noch total lächerlich. Und durch dieses. Ja. Durch diese Fehlentscheidung. Verlieren wir auch dieses Spiel in der Overtime. Wieder nur ein Punkt. Ein kleiner Toastpunkt. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Sage macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Nation Zero. Ciao.